Ich habe vorher als Lehrer gearbeitet und ich habe vier, fünf Jahre meines Lebens nahezu ausschließlich mit Frauen um die 50 verbracht. Und ich muss sagen, es hat mich verändert. So, es ist ja so, du wirst ja von deinem Umfeld geprägt. So, ich habe es das erste Mal bei mir gemerkt, als ich mein WhatsApp-Profilbild in ein Schneeglöckchen verändert habe. Ich war so ein bisschen in Günther Jauch verliebt. Immer wenn es geregnet hat, habe ich gesagt, ach, die Natur freut sich. So, ich war so, du wirst ja von deinem Umfeld geprägt.